Wir haben hier eine Funktion und die Funktion sollen wir ableiten, die Ableitung 0 setzen, also wird erstmal abgeleitet f' von x, x abgeleitet ist 1, e hoch irgendwas gibt e hoch irgendwas und jetzt nachdifferenzieren, minus x gibt abgeleitet minus 1. Also ich habe hier 1, dann das Minus nach vorne, minus e hoch minus x, das ist mein f' von x. So und das setze ich 0, also 1 minus e hoch minus x gleich 0, tun wir mal das hier rüber, 1 gleich e hoch minus x, so was tun wir jetzt. Also eine Möglichkeit ist einfach hier den ln auf beiden Seiten, da muss man am wenigsten denken. Also ln von 1 gleich ln von e hoch minus x. ln 1 ist 0 und e hoch minus x, da kann ich jetzt dieses Minus nach vorne schmeißen und ln e fällt weg. 0 ist minus x, also x ist 0. So, fertig. Ich könnte jetzt auch mir an der, also das wäre die elegante Methode, an der Stelle mir überlegen, e hoch irgendwas ist 1. Ja, so wird, wann ist das 1? Also ich weiß ja, 17 hoch 0 ist 1 und deswegen e hoch 0 ist 1 und deswegen könnte ich an der Stelle hier schon sehen, dass die einzig mögliche Lösung von dieser Funktion die 0 ist. Also ich kann euch das mal sehen, dass die 1, also 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 2, also 1, 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 also 2, also 1, 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 also 1. also 1, 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 also 1